Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Mini Craft Detector 3 Und ja... Das Weizenfeld ist blüht Geil Ähm... Die Fackele ist ja auch erstmal noch da am ersten Ob ich auch was einfach anders einfallen lassen muss Das geht ja nicht so weiter hier Hinter der Durchlaufende Wenn wir die Kontrolle umstellen Gut Gehen wir weiter hier Fackele Da hin Das so Oh scheiße Die nächste Fackele muss ich lassen Wenn das nicht geht Hier geht's aber Das kommt weg Sehr gut Ich würde mich auch gehen Gut, passt Was ist denn da zu lecken? Oh nicht, ohne Na egal Warten wir hier ohne Thema Letzten Folgen darfst ja mal nach Themen Eine Folge ohne Thema ist auch mal ganz gut ne Geschoben Das sieht doch ganz cool aus hier Freunde ne Schön für das Heats Sehr viele war jetzt mal hier fast 3 Stacks 3 Stacks Freunde Also ich glaube Essens Problem wird man nicht mehr Ich könnte ja mal so einen Markstand bauen So hier Weil mein Haus mal sich bedienen kann Soweit es einfach so Nehmen kann Das wäre mal cool wenn ich so viel habe Das wäre mal cool Ich wollte gleich noch was nachschauen Eventuell Ob ich noch Leder habe Weil ich jetzt braucht unbedingt Leder Für seine Leiter glaube ich Wenn ich was überhabe Dann kann ich das einfach mal geben Oder? Können wir mal machen Ich würde auch mal noch Kühe Und ja man muss bei einem Konti mal fragen Ob irgendjemand einfach mal so Einfach mal Kür spawnen kann Wo ich dann jeder so 2 nehmen kann Das wäre mal ne gute Idee oder? Ich kann mir einfach keine Kür Auch keine Körper so mitnehmen Alleine oder so Oder? Mal jetzt dann nochmal über den Berg Und dann kommen wir nicht dazu Und was mache ich denn? Du glaubst Oder so machen im Feld So was der nächste Plan? Der nächste Plan wird sein Dass ich ähm Einen Pool baue Und ja mal sehen wie das so wird Ähm Hätte er schon mit auf der 1 und 2 auch schon Einen Pool gehabt, na? Und ähm Ähm Sehr schön Sehr schön Ich mach mal folgendes Ich mach mal das hier Ich weiß eigentlich was ich jetzt gemacht habe Ey Halt doch noch Kisten Stimmt Oder auch nicht Und da kann es mal craften Oder hier dann Oder sogar noch eine Kiste Das ist gut Karten Mob Drops Okay Dann hab ich noch kein Leder mehr Dann hab ich immer und das auch kein Leder Das weiß ich Rubble Trap Ne Da kommen nur so wie Boote rein Dann crafte ich mir ganz kurz mal eine Kiste Und hab ich noch ein Schild? Ja Geil Und dann mach ich einfach mal einfach so einen Stand auf Die meisten sind doch oben, oder? Ja, obwohl jetzt eigentlich meinen Markt schon hat Ich tritt einfach nach unten Gehe dann nach oben gehe Ich meine, ich gebe den Leuten hier schon was zu essen sollen, ne? Ja Kostenlos und dann Dann können wir hier runter springen Außerdem ist es dann so Dass ich dann etwas tut Und können wir sind hier oben Weil ich wenn ich da auffüllen muss Aber ich jedes Mal da oben Da können wir so ein Matsch oder so bauen Hier so Da ist noch eine Kiste dran Da kann man ja was cooles was machen Nämlich komplett zwei Ich weiß ja, ob ihr es noch kennt Ich hab auch so ein Matsch gehabt Da war irgendwie die beiden Aktiensteufe von einem Baum oder so Da war irgendwie so ein Weg Ich glaub da war ja Dallenshaust da Ich hab da bauen und mach ich hier so ein So ein Weg wo die Marksteine drin war Wo die Bildscher noch drin war Und ähm So kann ich in der Art aufbauen, ne? Da hab ich noch mal so ein paar Brote rein Zum Beispiel Zum Beispiel so Zum Beispiel so Da haben wir so ein Chill dran Feeds Brote Ich hab mein Air kaputt gemacht Also mein Eher auf der Tastatur Da schreit ich mal so gut Da muss ich direkt hier drauf drücken Ähm Trin Kosten Lose Brote Oder Selbstbedienung Oder was soll ich denn? Streets Brote Selbstbedienung Selbstbedienung Sehr schön Und die vielseitige Brote nehme ich mir für mich selber Das passt doch, oder? Dann kann sich jeder hier was nehmen Der kann kein Essen kann Der kann ja mal hier mal Brote nehmen Das war auch was Das war auch was Ich hab so viel Weiten hier unten Kann ich nicht alles für mich selber nehmen Und hat man schön was zu essen Na Jo Ich würde sag ich mal Die Screen Und dann bin ich auch schon die Folge Ich bin so Hier aber ganz schön direkt auf dem Samt der sieht So Und dann würde ich sagen wir das gewesen Oder die Folge mal auf wenig Craft Attack 3 Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst ein Impulsiv Ob ihr irgendwo da Hab wohl nicht vergessen Und tschüss